jawohl schön schön gespielt von maxi das war das 1 zu 1 in der das war die schon die fünfte minute alex comexie habe jawohl kein abseits auch das ist der 5d das scheiß abseits das gibt es doch gar nicht komm maxi hast du jetzt schieß jawohl nein hau rein ja klasse jungs 2 zu 1 super gemacht schön gekämpft prima schön gespielt jetzt und ruhig und jetzt abschluss das ist pech schön gemacht jungen prima schön gespielt wieder super gemacht jetzt und nein ich krieg die krise es gibt es nicht schön gespielt klasse rüber das gibt es nicht so eine chance nie schön comexie schade was von ibo auf maxi es kann man stolpern missverdämpfer jetzt ist alles frei dort in der mitte liebe ausgenommen und unser lange steht dort klasse und alex noch mal mit außen fußgelenk jetzt noch schicken schicken jawohl klasse keine abseits das war gar nicht alex aber egal das war das 3 zu 1 in der 22 minute das 2 1 nachtrag war in der 8 minute schöner schuss super siehst so eine dinger sind drin 3 1 für vfl gegen tuspo jetzt hat alex klasse alex kommt der maxi jetzt rein auf das nicht mal nicht mal ausgelöst ja also der kameramann war nicht in der lage dieses vier zu eins jetzt zu filmen also 4 1 war dennis wurde mir gesagt prima und das in der 29 minute